So, damit willkommen zu einem neuen Stream. Ich habe jetzt auch mal den Kira freigeschaltet im Teamspeak und jetzt muss ich gleich eigentlich nur noch eben, äh, ja, eigentlich, ich warte auf den Darkhander eigentlich für den, für den, für den Koop-Modus jetzt, aber wir können jetzt trotzdem schon mal das eben anschmeißen. Ich hoffe mal, es geht jetzt auch. Ja, da ist das Spiel. Da ist das Spiel. Blue Sour Defense. Ich habe es mir jetzt mal fürs iPad gekauft. Äh, einfach aus dem Grund, oh, warte mal, der eine ist noch falsch hier. Der Ticker ist noch etwas falsch. Der läuft noch etwas kacker. Ich habe das alles mal neu eingerichtet jetzt fürs iPad. Deswegen, so. Äh, ja, ich, ich weiß nicht genau, ob jetzt, ähm, normalerweise stürzt das Spiel auch immer ab. Also, es ist so ein kleiner Bug, wenn ich das mit Facebook verbunden habe, dann stürzt es immer ab. Deswegen muss ich es jetzt mal eben, ich trenne es jetzt mal eben mit Facebook, damit ich mal einmal die Einzelspieler-Mission spielen kann. So, dann könnt ihr mir gleich mal sagen, ob das noch alles passt. Äh, ansonsten müsste alles richtig sein. Ich habe heute mal einmal die Facecam ausgemacht. Äh, habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr eingerichtet, aber wir können loslegen mit einem neuen Spiel. Ich hoffe mal, es geht jetzt auch. Ah, da lädt er noch, da lädt er noch. Ja, Affengasse habe ich eben schon mal gemacht. Auf, äh, was war das? Auf, 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 auf leicht habe ich das gemacht. Einfach aus dem Grund, weil ich ja jetzt neu angefangen habe hier, weil man die, äh, den Account kann man ja leider nicht übernehmen. Deswegen. So, Sound müsste ich eigentlich auch anhaben. Ich weiß es nicht genau. Ich möchte ja gleich mal gucken. Ich mache jetzt aber erst mal auf leicht. So. Komischerweise höre ich keine Musik. Also, ich höre keinen In-Game-Sound. Ich weiß nicht genau, warum. Aber, na gut. Das ist halt iPad. Ich kann das jetzt auf die Schnelle auch nicht machen. Warte, ist doch alles. Ist eigentlich alles an. Keine Ahnung. Na gut. Wir probieren es trotzdem mal. Ihr seht es, es sieht natürlich etwas anders aus auf dem iPad, als ihr das gewohnt seid auf dem, auf dem PC. Ich finde aber diese Übersicht eigentlich etwas besser sogar. So, ich setze jetzt hier erstmal schon mal einen, äh, ich weiß nicht, wie ich da zwei Affen hinsetzen soll. Nehmen wir zwei Affen. Sonst habe ich mir überlegt, könnte ich ja später auch noch vielleicht mal eine Runde Plug-Ink wieder spielen. Das habe ich mir ja auch mal gekauft für, ah nein, ich wollte die Finsicht aufnehmen. Nein, nein, nicht auf die Kamera umkommen. Äh, ja. Mal gucken. Vielleicht mal noch Plug-Ink für, fürs iPad habe ich mir ja auch gekauft. Wie gesagt, das könnte man ja auch mal machen noch. Auf jeden Fall heute, tut mir leid, aber heute kommt leider kein, ähm, ja, heute kommt kein COC. Das ist so. Muss ja auch nicht immer sein. Ja, genau. Und Kira wird uns auch ein bisschen noch mitunterhalten, mit ein paar Floskeln. Ja, selbstverständlich. Ich weiß nicht genau, wo der Dark Hunter bleibt, also irgendwie, keine Ahnung. Deswegen muss ich mal gucken. Nicht im Dunklen verlaufen. Ja, das ist, das ist komisch. Ich muss, ich, ah, ich komme mal drauf auf die Kamera da oben. Schrecklich. Schrecklich, schrecklich. Oder er ist bei seinem total unaufgeräumten Zimmer über die Sachen drüber gestolpert und liegt unter ein Labinen. Hat er das? Hat er, hat er, hat er ein total unaufgeräumtes Zimmer oder was? Also, wenn er seine Cam da anhat, dann sieht's dahinter immer etwas chaotisch aus. Ich mach grad mal Skype auf dem Handy an und, ah, da, was, wer hat er grad gefallert? War das sogar, war das, da kannte MC, aber das ist er natürlich nicht. Mal gucken. So, ich schreib mir jetzt mal eben, was denn, was jetzt Phase ist. Ähm, sowas ist Phase. Ja, komischerweise ist er nicht da, aber gut. Dabei brauch ich ihn doch zum Spielen. Er ist, weil ich jetzt hier wirklich noch relativ low bin vom Level her. So, jetzt muss ich erst mal, Prince Players. Ja, hab ich noch gestern schnell alles zurechtgefuckelt hier mit den ganzen Einstellungen. Matthias ist ja immer noch in Irland. Ist auch geil. Matthias mal wieder mit seiner, mit seiner Ultralogik. So, ich sag so, ja, äh, kannst du ja dann auch mal filmen und so ein schönes Reisetagebuch machen. Ja, in einigen Gebäuden darf man ja auch gar nicht filmen. Und was ist dann, seh ich eben bei Facebook, wie er mit seiner komischen Teleskopstange ein Foto macht von sich und seiner Ullen in irgendeinem Haus. Im Kastel. Ja. Warum, hab ich die Gilde verlassen bei Schlosskonflikt? Ich hab die gar nicht, ich hab das Spiel schon seit lange nicht mehr gespielt, ehrlich gesagt. Weiß ich gar nicht. Kann höchstens sein, dass das sowas ist, aufgrund von Inaktivität. Das kann sein, das kann sein. Gibt's bei manchen Spielen. Muss ich aber sagen, das sind 476 Leute, das find ich echt schon mal ganz cool, muss ich sagen. Das ist trotzdem, wohl viele, ich hab extra ja vorher diesmal geschrieben, dass kein COC kommt. Hab ich extra geschrieben, dass die Leute sich wieder beschweren. Sie haben sich dann unter dem Ankündigungsvideo beschwert, das ist mir dann auch egal. Aber zumindest jetzt hier nicht, das find ich schon mal ganz gut. So, jetzt muss ich mal eben gucken, was ich mache. Ich denk mal, ich versuch's jetzt erstmal mit denen hier. Und sich darüber beschweren kann. Ja, keine Ahnung. Hier ist Feiertel in St. Patrick's Day, äh, ich glaub nicht. Äh, der ist denn... Man kann auch einfach, man kann Land auch einfach so besuchen. Ja, außerdem ist der ja nächste Woche, ne? Der ist, oder? Ja. Glaub schon. Glaub schon. Ach komm da, Kanter, was ist denn jetzt los? Hast du dich, glaub ich, echt in seinem, in seinem unaufgeräumten Zimmer verlaufen, der Gute? Oder was ist da los? Mit dem Dark-Hunter? Ja, jo, wollen wir jetzt. Ach, Alter, willst du mich verarschen? Ja, ist doch... Ach, verdammte Tastatur. Ja, ist doch, äh, 16 Uhr. Hat man doch ausgemacht. Ja, überhaupt keiner hat Zeitplan, der Junge. Ja, vor allem muss ich dann gleich nämlich einmal wieder wegschalten, um mich mit Facebook zu verbinden. Das war das nämlich auf dem... Irgendwie, das ist noch leicht verpackt am iPad. Wenn ich nämlich Facebook anhabe, kann ich, äh, keine Einzelspieler spielen. Das stützt du immer ab. Okay, wie bescheuert. Muss ich die Verbindung vorher erst einmal... Äh, canceln. Ja, jetzt kommt der NS-TS. Jetzt hat er es doch... So. Mal gucken. Buhren Tüte. Ich kann das Spiel ja hier zum Glück gleich später noch dann zu Ende spielen. Das ist ja ganz gut. Wieso sieht das so anders aus? Hast du was geändert? Ja, das sieht anders aus, weil ich es jetzt heute auf dem iPad spiele. Spar mit deinen Scheinen bis 7500... 7500 und kauf dir Doppelgeld. Ja, das... Aber 7500 ist natürlich auch echt schon ganz schön viel, muss man sagen. Hoi. Hallo. Ja, Mr. Pünktlich in Person ist hier. Der Dark Hunter. Sag mal ganz ruhig hier. Ja, jetzt habe ich nämlich schon einen Einzelspieler gestaltet. Und du weißt, ich habe dir ja gesagt, ich muss die Verbindung immer trennen wieder von Facebook. Deswegen muss ich gleich einmal ganz kurz... Komm, die Tüte auch endlich mal. Ja, du musst... Ja, ich habe das gerade im Stream gehört schon, Kira. Böse, böse, du. Vor allem, er guckt den Stream und lässt ihn nicht picken, der, Alter. Ne, ich habe gerade... Ne, was heißt Verpennt? Ich habe gerade was getestet. Du musst dich übrigens auch in Facebook adden, glaube ich, Fred, ne? Oder habe ich dich schon mit dem Account? Ne, ne, mit dem Mobile Fred... Mit dem Mobile Fred Account. Ich habe eben extra schon geguckt. Habe ich dich schon. Habe ich dich, ja? Ja, okay. Das ist besser, weil dann brauche ich das nicht immer zu überblenden und sonstige Sachen, weil das ist halt der öffentliche Account, das ist besser. Das nervt mich da auch immer, weißt du? Muss ich nur gucken, dass ich dann nicht meinen Geburtstag fälschlicherweise freischalte, so wie du. Ich wollte schon gratulieren und dann habe ich irgendwann so gesehen, oh, hat er gar nicht. Das ist ja nicht mein Geburtstag gewesen. Ja, ja, stand aber da. Ja, warte, dann werde ich, oh, da gehe ich mal eben hier raus jetzt, er speichert das Spiel ja sowieso. Und dann werde ich mal eben ganz kurz den Zwischenbildschirm reinkloppen, damit ich mich dann mit Facebook verbinden kann. Und dann werden wir mal ein bisschen Koop spielen. Scherde. Finde ich ganz, hier hast du zumindest, hier ist das coole, du kannst es ja auch direkt aufnehmen im Spiel. Das ist ja so, ich weiß nicht genau, was das für eine Funktion ist. Aber gut, ich mache jetzt mal eben ganz kurz den Bildschirm rein, verbinde mich mal eben kurz mit Facebook. Hoffentlich macht er das jetzt auch. Aber wie sieht das denn bei dir aus, what the fuck? Ja, ja, das sieht anders aus. Das sieht ein bisschen aus wie in der Browser-Version. So. Da sind wir wieder. So, ich habe mich jetzt mit Facebook verbunden und ich würde sagen, willst du mich einladen? Das ist, glaube ich, einfacher. Ich dich? Ja, würde ich sagen. Ja, 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 warte, ich starte das ganz kurz nochmal, ich muss den Blue 6 nochmal neu starten. Blö, da könnte der RPGX. Was willst du? Ey, das sind 500 Leute, ich bin echt begeistert, muss ich sagen, richtig cool. 533, ja. Ja, muss ich sagen, richtig cool, dass so viele Leute, haben ja natürlich auch wieder einige rumgeholten unter dem Video. Wieso machst du kein CoC? Wo ich gesagt habe, ich mache morgen. Machen sie gerade auch wieder, aber... Mache morgen vielleicht CoC. Ja, aber am Anfang ist es immer so. Ach, das ist ja egal. Wobei einer schreibt... Keine einzige jetzt hier freigeschaltet. Dann, warte, warte, dann mach mal... Irgendwas einfacher, würde ich mal sagen. Mhm. Warte, warte, ich suche gerade einer. Das hier ist kacke. Oh, der Hausmeister ist auch in the building. Der Hausmeister ist wieder da. Der Hausmeister wird auch der vierte Smiley. Machen wir mittel? Nee, mach... Ja, komm, mach mir. Ja, mach ruhig mittel. Du bist ja... Du hast ja schon alles, dass es dann... Auf mittel werden wir es locker schaffen, denke ich mal. Kannst du mir auch zur Not, kannst du mir ja auch mal was rüberschicken oder so. Ja, da war es gewollt gewesen, ne? Warte, senden. Glaube ich... Also, welches von... Was für ein Bild hat man das gehabt von Matthias? Irgendwie, ne? Irgendwie so. Äh, nee, das ist das Mobile Fanboy-Logo. Such einfach nach Marble Fred. Marble, der Zeichen Fred. Warte, dann lade ich nach... Ach, lässt er mich hier warten im Stream, der Alte. Ich hab hier ein... Warte, suche weiter, Freunde. Marble Fred. Ah ja, okay, hast recht, ja. Sei ruhig. Ja. Man wartet hier... Hab ich eingeladen? Ey, am privaten Filter einnehmen. Invited you. Facebook. Dennis Darkie, darf ich ruhig sagen. Naja, mich stört das nicht. Mich stört das nicht. Spielbereit. Ich hoffe mal, es geht. Also, als ich mit Matthias gespielt hab und er im Handy war, hat's geleckt bis hinten gegen. Ja gut, ein Handy und nix ist ja unterschiedlich, ne? Fred, wieso kündigst du nicht an, du faule? Sogar hab ich doch gemacht. Hat er doch. Hat er doch. Selbst ich weiß das, ja? Und ich guck keine von seinen Videos. Ja, zu Recht. Alter, was ist das denn für eine Strecke? Alles schlecht. Okay. Ich weiß ja gar nicht. Ich weiß. Ich weiß. Ja, da musst du jetzt aber eben warten. Ich hab... Bis ich mal überhaupt irgendwas... Warte mal. Ich sag bereit, wenn du ready bist. Ich nehm die Folge nämlich auf. Für mich. Ich brauch auch Folgen. Ja, mach ruhig jetzt. Ich bin... Achso, du hast schon... Ich hab schon startet. Warte, warte, warte. Ich muss, ich muss... Ich muss eben mal eben upgradeen. Aber drück du am besten Start. Ja, ich... Ja, okay. Ähm... Stimmt, wir haben ja gar keine Schnellstrecke und so weiter. Dann schauen wir mal. Ja, Facecam hab ich heute mal ausgemacht, weil ich eigentlich beim Spielen jetzt sowieso eigentlich meistens so nach unten gucke. Das finde ich dann irgendwie nicht so... Einfach nicht so gut. Weiß ich nicht. Ja, ist halt so, ne? Wenn du ein iPad vor dir hast, dann guckst du da unten. Ja, das ist ein bisschen... Wenn du so Clash spielst und guckst auf dem PC gerade, dann finde ich, ist es okay. Aber jetzt so, ich guck die ganze Zeit nach unten. Man sieht im Grunde nur die Haare. Das ist dann auch nicht. Oder ich mach die Kamera ganz nach unten. Das ist nicht aus wie so ein Mongo. Ja. Guck nebenbei so ein bisschen dein Stream-Chat. Kira, hast du den Streamer geguckt, ob da alles läuft und so? Ich verstehe nicht, warum ich keinen Sound hab, ehrlich gesagt. Der Ton ist also... Der Ingame-Ton ist nicht so... Ja, aber das ist ja auch... Bei Bloons ist es jetzt, finde ich, nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ja. Vor allem, wenn du mit drei Leuten... Oh, da kommst du durch. Oh, bei mir leckt's auch. Scheiße, das Spiel leckt. Oh. Oh, 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 oh. Toll! Oh, wieso war der denn am Lecken gerade? Scheiße. Scheiße. Wir müssen mal eben gucken, dass wir das mal... Und wenn nicht, muss ich tatsächlich auf... Ich muss ich tatsächlich auf ein anderes Spiel umsteigen. Da muss ich mal gucken. Hey. Du, Null. Nein, es leckt immer noch. Verdammt, warum leckt das? Warum leckt denn das? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich kann da nichts hinsetzen, das hat eine Seite. Ich kann da überhaupt nichts machen. Äh, ich muss das mal eben ganz kurz... Warte mal, ich mach mal die... Ich ändere mal die Einstellungen um. Generell solltest du dann nächstes Mal ausbauen, deinen kleinen Affen. Ja, aber ich muss eben kurz die... Ich ändere mal eben die Einstellungen... Aber ich... Ich hab keine Ahnung, warum das leckt, ehrlich gesagt. Das wird mir ganz... Ja, sag an, wenn ich weitermachen kann, dann. Warum das bei dir nicht geht? Der Fred, der spielt das jetzt am iPad. Und ja, dann sieht man ja schon, was für eine Katastrophe das ist. Ja, das ist ein bisschen schlecht gerade, ne? Kann ich kaum machen wieder? Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Ansonsten muss ich gleich mal eben... Müssen wir wirklich mal eben aufs... Ja, noch geht's ja. Ansonsten muss ich gleich mal eben auf... Aufs... Bei BlueStacks wechseln. Aber mal gucken. Ich möchte heute noch was anderes. Nur mal so, ja, ich kann auch gleich noch was anderes spielen. Aber das muss aber eben ganz kurz... Jetzt folgt lauter... Wörter Zeug, das hab ich jetzt hier ganz vergessen, noch was zu bauen. So, jetzt nehm ich nur ein Äffchen hin. Ich muss immer mal wieder gucken, dass es auch läuft. Ah. Ich hab's nämlich jetzt mal auf Faster gestellt in... In Open Broadcaster. Sagst du schon. Du musst noch verbesserte Sichtskinder, ne? Ja, ich muss erstmal gucken... Ich muss immer mit einem Auge erstmal gucken, dass es auch... Nicht leckt. ...flüssig läuft noch. Das ist das Wichtigere. So. Ja, der hat eben geleckt. Das ist richtig. Ich ziehe Elysium. Ja. Aber jetzt seh ich es ja selber bei mir. Jetzt läuft's alles flüssig. Jetzt läuft's gut, ja? Ja. Jetzt läuft's. Ach so, super. Dann musst du irgendwie die zwei... Ja, sieht gut aus. Ich hab eben... Ja, ich hab die Bitrate ein bisschen runtergestellt und hab die... Und hab eben noch ein bisschen auf Faster gestellt. Jetzt müsst eigentlich... Also bei mir sieht's zumindest... Nein, lieber Vala, es gibt kein Clash heute. Kein Clash heute? Fred, bist du denn Wahnsinn? Ja, irgendwie hab ich heute auch überhaupt keinen Bock auf Clash, ganz ehrlich. Ich weiß ja auch nicht. Gibt so Tage, da hast du echt... Ich hab auch heute kaum gespielt. Aber der Loot war auch absolut nicht da. Ich hab irgendwie gar nichts. Ah, Kekskook ist auch da. Der Rotweinpirat ist ja auch da, Mensch. Naja, der Rotweinpirat ist immer da. Ja. Dann ob ich mal auch meinen Kanal posten. Tö! Hat Rotweinpirat eigentlich einen? Das ist gar nicht. Nein, immer noch nicht. Rotweinpirat hat keinen. Ich hab da aufzutrollen. So, ich baute erstmal die Truppen, die ich hier habe. Ich hab leider nicht ganz so viel. Ja, ich hab da Spiel. Da steht doch rechts gleich Unterheld des Tages. Ach, wer musste lesen, Kira. Hör aufzulegen. Ja, gestimmt. Ich hab sogar extra ein Bild dahingemacht dafür. So, jetzt muss ich mir eben noch hier... Mach mal nicht immer sofort auf Start, bitte. Ich hab ja nicht so viel. Ich muss erstmal gucken, was ich hier mache. Und es steht sogar im Titel des Channels steht's auch drin. Drück der Schöne auf Start, der Kleine. Genug Gelegenheit, um das nachzulesen. Sag, was machst du da? Ja, ich muss erstmal gucken hier. Könnt ihr beide mal vernünftig zusammenspielen? Ja, das kriegt der ja nicht hin hier, der Kollege. Ja, warum ich? Ihr habt das Spielprinzip noch nicht ganz verstanden. Er hat's noch nicht verstanden. So, jetzt... Wie Zuschauer nimmst du jetzt? Guck doch nach! Nee, Fred, jetzt machst du... Du machst jetzt immer Go und Pause. Fred, du machst das jetzt. Ja, das ist besser. Hier, grad sind's 598, lieber Biest. Das kannst du aber auch nachgucken. Ja, danke, dass du mich nochmal wiederholst, Fred. Und Rotweinpirat, du musst das nicht immer posten, das... Sonst lernst du die Leute hier. Ja, du hast mal auf Start gedrückt! Ja, dann konzentrier dich doch mal. Ich warte hier nicht 10 Minuten, bis du auf Start drückst. So, jetzt lass mich mal eben kurz was machen hier. Bitte. Ach, der Fred, der Fred, der Fred. So. Ich weiß schon, ob ich ein cooles bauen werde. Eine richtig OP... OP-gebäude. Ja, hoffentlich nicht, weil es so viel... Superaffen! Nee, nee, nicht den. Den Heli auf der untersten Stufe. Das ist richtig genial. Ja, ich hab leider noch keinen Heli. Gar nicht. Ich hab noch gar nichts. So hab ich mich am Anfang gefühlt, ja? Du... Ja, das ist einfach immer go, immer Affe. So viel Zeit muss sein. Wie lange geht das Streamen? Ja, so lange wie er halt geht. Ich hasse diese Frage. Ich denke mal heute eher so in Richtung anderthalb Stunden. Ich denke mal so in die Richtung, äh, der macht da wieder auf. Der macht da wieder Start, der macht da wieder Start, einfach, ohne mich zu fragen. Alter, ich weiß ja nicht, was du die ganze Zeit machst. Ich bin hier ganz kräftig. Also heute Abend werde ich auf jeden Fall in der FAQ dran arbeiten, ey. Ja, ich muss ja immer zwischendurch rüber gucken, natürlich auf den... Äh, der dritte ist Dark Hunter. Ja, der geilste von uns allen hier, ja? Naja. Moment, ich muss ja Herrn Matthias zurückschreiben. Moment. Ich muss ja Herrn Matthias, äh, äh, zurückschreiben und ihn ärgern. So. Oh, ich hab die Bananenplantage freigestaltet. Auch geil, du hast eine Bananenplantage freigestellt. Sehr schön. Jetzt kann ich zumindest endlich mal hier auf dem mobilen Gerät spielen. Das ist schon mal ganz gut. Wir spielen gerade auf Mittel, ne? Mittel, jo. Ja. Wird schon geantwortet gehabt. So, ah, zum Glück hab ich meinen Klebstoffaffen schon. Jetzt brauch ich nämlich eine Kanone auch noch hier. Kannst du hier wieder am Kisch Klebstoff schnüffeln. Juhu. Hallöle, hi. Ja, ja, er mit seinen Sachen schon. Äh, er mit seinen Sachen schon. Wart's mal ab, ey. Wenn ich das jetzt auf dem iPad hab, werde ich das so suchten, ey. Dann bin ich bald Level 70. Weil das kann echt dauern, weil auf dem, auf dem, auf dem BlueStacks hab ich schon echt viel. Hab ich, glaub ich, 15 Goldmedaillen. Das kommt, ey. Das wird wieder dauern. Ah, Clashcraft. Gutes Thema. Ja, können wir auch mal wieder bald machen. Dann aber auf der Playsee 3 oder 4, würde ich sagen. Auf dem PC hab ich keinen Bock mehr auf Minecraft. Wie er mich wieder ausstoßen will. Ja, hab ich auch nicht. So. Ja, wie am PC hab ich echt keinen Bock mehr. Das ist, das ist, weiß ich nicht. Das hat auf dem, auf der Playsee 4 hat so gut geklappt. Also warum soll ich das dann? Nein, ist, oh jetzt leckt es tatsächlich wieder. Nein. Ja, tut mir leid, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, genau, wann das liegt. Ich weiß es nicht. Weiß ja auch nicht. Ich mach's mal einfach auf, auf Start. Ne, es leckt, scheiße. Es leckt. Littst du wieder Pornos hoch? Ja, da kann das vielleicht. Ja, ich glaub, wir müssen wirklich mal eben, wir müssen wirklich mal eben. Das hat aber mit deinem Leckt nichts zu tun. Das war der schlechteste Konzept. Wobei, manchmal, manchmal läuft's manchmal, läuft's nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, es wird, ich weiß nicht genau, wie viel, haben wir jetzt Runde 35? Zum Beispiel, gerade geht's wieder. Jetzt ist er wieder, läuft er wieder einwandfrei. Nein, es leckt er wieder. Nein, es leckt. Ja, jetzt leckt's. Es läuft nicht einwandfrei. Es läuft nicht einwandfrei. Ich glaub, wir müssen mal eben auf, ich glaub, wir müssen mal eben auf Blue Stacks wechseln. Es tut mir leid. Das macht er doch mit Absicht, nur weil er hier keine Tower hat. Ich muss mal eben rausgehen. Du musst rausgehen? Ja. Und Leute, wir merken das selber, wenn es leckt. Das muss sich jetzt nicht jeder zwölfmal schreiben. Deswegen geh ich jetzt mal eben, ich lasse das aber in meinem Hintergrund offen hier. Ich hab ja eh keinen gelben Sound, deswegen werde ich jetzt mal eben schnell das Ding reinmachen und jetzt Blue Stacks mal eben starten, mit meinem Mikro mal eben umändern, dass ich das vor meiner Schnute habe. Moment. So, und jetzt kann ich auch gleich, hoffentlich, ein bisschen. Ja, also zumindest kann ich hier auf Start drücken, du hast so viele Kenner und deine Verbindung verloren. Ich hab hier rausgegangen. Ausgegangen, aber ich sitze nicht da. Ah, Fred, Fred, einfach nur Fred, wirklich. Also kann ich das Spiel jetzt beenden, ja? Und dann nix mehr. Ja, genau, kannst du beenden. Ich hab's jetzt mal. Achso. Ich hab jetzt mal Blue Stacks schon mal offen gemacht und dann werd ich schon mal gucken, dass das dann da läuft. Achso, wir haben gleich noch mal. Ja, guck mal, dann hab ich jetzt auch alle Tower. Aber ich muss eben gucken, dass ich mich bei Blue Stacks jetzt offen, dass ich mich jetzt hier mal eben gescheit mit dem richtigen Facebook verbinde. Warte mal eben, ich muss das jetzt mal eben richtig hinkriegen. Aber wobei, du hast ja gar keine Gebäude. Doch, hab ich da jetzt. Achso, Facebook ist ja gar nicht der Account, stimmt. Der ist ja ne, okay, mach mal schwer, ja. Versuche jetzt mal, ansonsten, ja, warte mal. Ja, ich bin jetzt mit dem anderen Account drin. Lad mich mit meinem richtigen Account ein. Muss ich mir blenden. Dein richtiger Account, ähm, wer war denn das? Warte. Da muss ich nämlich gleich, ich mach's gleich wieder an, sobald er mich dann eingeladen hat. Quasi. Hab's ja eingeladen, ne? Ja, warte. Ich muss das mal eben, oh, 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 oh. Das ist echt. Ah, ja, ja, ja. Ich hab die Facecam noch an. Alter, heute ist echt, echt hier alles drunter und drüber hier. Ja, so organisiert ist der Junge. Ja, ohne Scheiß. Das ist echt gerade. So. Da ist es doch. So. Aber das muss ich mal eben ganz kurz noch ausmachen, so lange wie er mich eingeladen hat, bis ich fertig bin hier. So, Koop. Muss ich das ja wieder überblenden. Mann, ey, du bist aber auch ein Typ. Äh, mitspielen und Verbindung, spielbereit. Und jetzt geht es. Du bist ein Typ, ey, wirklich. Warte. Ich hab's jetzt auch schwer gemacht, ne? Und auf geht's. So, endlich. Ja, tut mir leid, Leute, jetzt sind wir hier beim. Ich kann ehrlich, jetzt hab ich sogar meine Sache umsonst. Ist auch nicht schlecht. Haben wir sowas, sagen wir auch Spielsound. So, dann machen wir das jetzt noch mal. Genau. Du machst das. Du musst go immer wieder. Du machst das schon. Mach mal die Strecke jetzt hier mal auf schwer. Genau, ich hab's hier auf schwer gestellt gehabt. Jetzt musst du ja wieder alle Tower hast. Das gefällt mir ja auch gut. Weil ich dich eingeladen habe, wahrscheinlich muss ich immer Start machen, weil es bei dir sonst zu lange dauert immer. Das kann sein. Das kann sein. Ich hab jetzt mal noch, warte mal, was mach ich? Und mach ich auf jeden Fall mal den ein oder anderen Vorfall öffnen. Ich muss auch mal eben ganz kurz bei. So, das machen wir mal weg. Oh, aus. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ja, wenn sie es nicht lernen, also es gibt dann auch andere Sachen im Leben. Sie werden es auch nie lernen. Wollen einfach gleich timeouten, fällig aus. Ach, so, Leute. Jetzt kommen wir hier richtig. Jetzt können wir hier richtig loslegen. Jetzt können wir hier richtig loslegen. Ja, gerne, mein Kind. Da musst du noch ein bisschen spielen, wenn du erst Rang 23 bist. Damit du bei den Großen mitspielen kannst. Ah, ja, ja. Sei mal nicht so überheblich hier. Sei mal hier nicht so überheblich, mein Freund. Ja, aber wir haben recht wenig Plan. Also wir können sehr viel Wassergebäude halt bauen, aber halt nicht viele Landgebäude. Hast du noch keinen Wurffeilaffen? Mensch, Fred, du bist aber schlecht. Ja, ich muss ja in Matthias zurückschreiben. Nein. Matthias ist schon ein ziemlicher Idiot, muss man sagen. Kann man gerade wirklich so sagen. Also wenn ich das so jetzt... Was macht er denn jetzt schon wieder? Fred, machst du sofort ein Video, wo ein Plunder Pirates für Android rauskommt? Ja, das werde ich dann machen. Oder Matthias. Je nachdem. Hat Angst, das zu vergessen. Ach, Matthias ist ja gerade in Irland. Und ich habe ihm dann gesagt, dann mach doch mal so ein cooles Reisetagebuch oder so. Mit seiner tollen Kamera. Ja, weil er kann das natürlich dann absetzen, den Urlaub, wenn er so ein Reisetagebuch macht. Weil er ist ja nur drei Tage da und wenn er dann ein Reisetagebuch macht, kann er den Urlaub absetzen und zahlt dann dementsprechend nur die Hälfte für den Urlaub. Nur er hat jetzt Angst, dann seiner Freundin zu sagen, halt mal die Kamera oder so wahrscheinlich und deswegen macht er das jetzt wahrscheinlich nicht. Eine Facecam hast du gerade an. Hast du das beabsichtigt? Ja, ist beabsichtigt. Ja, habe ich jetzt heute mal. Kann ich gleich mal anmachen wegen mir, aber... Also, mir ist egal. Ich sehe es nur gerade im Chat. Ja. Kira, die fragen, was ein Timeout ist. Das musst du mal zeigen. Der eine fragt, was ein Timeout ist. Da musst du es ihm gleich mal demonstrieren, habe ich gesagt. Unten rechts ist doch die Facecam, das bin ich. Ich gucke halt, ich gucke, ich gucke, ich gucke halt nur immer gleich. Sechs Minuten nur? Was ist denn, äh, wie viel steht der Slow gerade? Was sagst du, Fred? Ich mache den Slow-Mode mal eben auf 90. E10. Oh, der Darkhunter hat auch schon ein paar Truppen gebaut. Er hat schon zwei Affen gebaut. Ein paar Truppen, Alter, du bist so ein Freak, ey. Ein paar Truppen hat er gebaut. Warte, warte, warte. Ich habe sogar noch mal eine Abplantage gebaut. Äh, ich habe auch eine gebaut. Ich baue immer eine mehr als du. Ja, mach mal. Bin ich gespannt, ob du eine mehr baust als ich. Das ist auch die meistgestellte Frage. Wie kann man CoC auf dem PC spielen? Blue Stacks! Ja. Das ist so schwer. Einfach mal reingeben. Absolut, ja. Absolut. Wer von euch spielt Farmville 2? Ehe. Ich habe es da angespielt, aber es ist ja genauso ein Quark wie die ganzen anderen Simulationsspiele dort. Ja, natürlich. Also, ich finde es nicht gut. Nicht so gut. Ach, dieser Matthias. Ja, Matthias Kanal. Matthias Kanal auf Facebook. Idiot 87. Nein, Spaß. Ich baue noch eine. Ich baue noch eine. Ich baue so viele. Ich baue ganz viele. Warum denn, Alter? Nur so einfach aus. Einfach, wie immer, du weißt das ja, weil ich es kann einfach so, ne? Na, bau mal dir mal ein paar Mediefenzen. Du kannst auch Wassergebäude bauen, ne? Ja, die Schiffe. Ja, ja. Na, da brauchen wir doch gar nicht. Weißt du einen schönen Golfplatz hier? Golfplatz? Das ist ein Golfplatz. Golfplatz. Ja, guck doch mal oben. Da oben ist ein Loch mit einer Fahne. Natürlich ist das Golfplatz. Gibt doch nicht. Oh, es gibt einen Bunker, es gibt einen Green, es gibt das Rough und es gibt ein Loch. Hast du schon mal so einen Golfplatz gesehen? Ja. Ja. Ich habe dich nicht gefragt, Kira. Kira ist ein guter Junge. Ist nicht sehr ungewöhnlich. Ja, wollte ich schon sagen. Ah, Crossy Road wollte ich auch mal spielen, ja. Müssen wir mal gucken, wenn ich das iPad gleich nochmal ins Laufen kriege. Ich weiß nicht genau, warum es jetzt geleckt hat. Ansonsten muss ich es mal irgendwann mit der Elgato probieren, aber... Na, jetzt müssen wir mal gucken. Genau. Fred, spielst du bitte mal Clash of Clans? Kannst du das bitte mal spielen? Die Pyramiden-Map, ja, die ist hart, ne? Ah, die ist scheiße. Habe ich schon so oft verloren, jetzt. Ja, die habe ich auch schon verloren. Den Dreck spiele ich nicht mehr. Jetzt, ey. Auch schon voll oft verloren, jetzt. Und damals auch. Die Presse. Jetzt und damals. Jetzt und damals. Ja, es wird ja nicht... Lieber Busch, das fragt ja keiner mehr nach COC, von daher dann. Vor allem könnt ihr mal mit den Befehlen aufführen. Also echt, wo was unverschämt ist. Oh mein Gott, Fred, sie kommen durch bei dir. Ach Quatsch, hör mal nicht rum. Oh, doch. Ja, ja, warte mal, warte mal. Da war ich wieder zu. Da war ich wieder zu. Wow. Ja, da war ich da. Dann setz doch mal, dann setz doch die Wasser ein, Hättenhandy. Sei doch mal ruhig. Freibeute-Affen. Ja, ja. Warte doch mal jetzt mal nicht auf Start, bitte. Mal nicht auf Start. Ich bin hier ja auch ganz cool am... Würde ich nie tun. Danke. So, letzter. Brusty Road ist auch nichts Interessant, das. Ja, es ist halt relativ einfach gestrickt, ne? Ja. Muss man sagen. Ja, ja, ja. So, wer kommt jetzt auf Stärkstar und dann müsste das laufen? Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Hoffe ich auch für dich. Alter, der ganze Chat besteht nur aus Timeouts. Ja, kann ich ja nix für den Blödsinn. Unglaublich, ey. Leute, genießt doch einfach das Spiel. Echt mal. Genießt doch unsere geilen Stimmen und das Spiel. Kanone auf Stärkstar. Ja, habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Ich bin der Junge. Habe ich gemacht. War noch 3100 für die Atenbahn. Ich will COC. Ja, dann fahr nach Finnland und geh nach Supercell und holst die. Geh nach Supercell. Geh nach Supercell, Junge. Ja. Das Ankündigungsvideo ist ganz normal das, was heute Morgen geben kann. Oder geht oben auf Twitch, geht bei Spiel COC ein und guckt euch da einen an. Genau. Böse Kira, also wirklich. So eine gemeine Art, davon habe ich noch nicht mitbekommen. Das ist eine gemeine Art. Auf was sparst du gerade? Ähm, 4, 5 für die Atenbahn. Äh, für die Affenbahn. Ach, er hat da auch, Leute, er hat das schon geupdatet. Keine Ahnung. Was hast du denn? Kranker Junge. Hast du die jetzt auch schon auf der 4. Stufe, die Dartaffen? Hast du die jede Runde? Oh, bei mir ist was durchgekommen. Was? Bis jetzt? Warte mal, ich muss mal eben... Ja, ich starte doch nicht, doch wieder. Ich starte doch nicht, ich habe es langsamer gemacht. Ja, so ist das Spiel ja, das lässt sich bestimmt irgendwann mal einrichten. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe die Dartaffen, ja, die habe ich schon. Die habe ich schon. Auf Maximum, ich meine auf diese Spezialhand, diese 4. Wo du alle 10 Runden einen umsonsten bekommst. Nee, 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 nee. Okay. Warte mal, ich muss ja eben jetzt überlegen, was ich mache. Äh. Ich habe eine Idee. Mach du dann Go, wenn du bereit bist. Kleiner Affe, du. Nein, Supercell ist kein Städter, er hat nur gesagt, fahr nach Finnland zu, Supercell. Ihr müsst auch schon richtig zuhören. So. Ja, genau. Hört mal richtig zu hier. Jetzt geht's los. Du machst es, du machst es langsamer, du machst alles mit dem Starten und so weiter. Ich richte mich da ganz nach dir. Ja, ich konnte... Oh, okay, warte mal. Ich brauche noch eine Kanone. Ich brauche, ich brauche definitiv noch eine Kanone. Ist das auf schwer jetzt? Ja, ne? Ja, ja. Ja, warte mal, ich muss ja eben meine Kanone noch upgraden. So, stärkster. Läuft. Und die kann ich noch nicht, okay. Ja, ich habe die... Ja? Was? Ich würde dir auch empfehlen, um an den Hubschrauberpiloten hochzumachen. Du wirst dann gleich merken, was ich meine. Ich habe ja hier alles fast auf Max mittlerweile, aber... Ich meine, den zu bauen auch noch, weil du kriegst dann in der Runde halt 70 Leben zurück. Oder alle zwei Runden. Ziemlich krass. Echt? Ja. Ah, da kommen ein paar durch. Okay, wunderbar, dein Dings. Warte, noch nicht, Go? Ja, ja. Warte mal. Ich warte mal. Ich warte mal, ich warte mal. Okay, bei mir kannst du Go machen. Äh, das Subscriben kostet 4,99. Äh, die meisten Amis halt Bramstein kennen, dann die Deutschen, die da auch gut auswendig können. So, der ist auch... Ah, der ist noch nicht. Warte mal, der ist noch nicht. So, jetzt habe ich die... Hab ich den... Das Subscriben kostet monatlich 4,99, aber du könntest es halt auch jeden Monat kündigen. Genau. Das Followen gar nichts. Genau. Ich habe das Verfolgen, was einfach mega genial ist. Brauche ich nicht mehr selber klicken. Sehr schön, meine Affenbank sind wieder 2085 drin. Weißt du, was richtig mies ist an der Affenbank, die... Oder Bananenplantage, die Übersetzung ist falsch. Da steht zwar dran 50.000, aber das sind nur 5.000. Ja. Mega-assi. Ja, ich spare gerade auch mal jetzt, damit ich die mal hochmachen kann. Ich hab die noch nicht mal auf der dritten Stufe. Warte mal, okay, warte, noch nicht Go machen gleich. Ja, ja. Noch nicht Go? Ich mach die jetzt erstmal hoch. So, jetzt auch so ein Freibeuter ab, erstmal hinsetzen. Ja, Chat hängt nur 20 Sekunden her, nichts mit Übel und das ist halt stinknormal bei Twitch. Ja, Chat hängt doch genauso hinterher wie alles andere auch, ne? Ja, ich schaff's nicht manchmal reden. Ist doch alles, Kinder, ist ja wie schon sehr auch. So, dann hoffen wir mal. Was ich dir überhaupt heute noch anbaue ich sonst außer, außer den, außer den, äh, Chat... Ah, der Öko-Rings, die Streams werden jetzt immer auf dem Zweitkanal hochgeladen. Zumindest versuche ich es. Ich muss das, ich muss das nur irgendwie gucken, weil das wirklich noch überhaupt... ...noch nicht ein einziges Video hochgeladen habe auf dem Zweitkanal. Zweitkanal? Machst du da keinen Clash of Clans drauf? Warte mal, ey, ich muss mal eben gucken, ob der Chat auch... Der Chat ist doch richtig eigentlich, oder? Sollst mal deinen Bananen einsammeln. Warte. Hä, bei mir ist der Chat... Kannst du mal? Was denn? Ah, warte, 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 warte. Ich weiß jetzt, was hier falsch ist. Der Chat ist etwas zu tief gewesen, deswegen dachte ich... Achso, du hast ja bei dem Stream eingeblendet. Ja. Aber normalerweise müsste das jetzt... Oh, da ist ein Morb, warum ist da ein Morb schon? Oh mein Gott. Ja, das ist super, hier mit deinen Super-Affen-Dingern da. Was? Hat hier schon die Affenbank gebaut, aber ansonsten auch keine Verteidigung, der Gute. Was heißt keine Falle? Ich hab einen Heli, der ist besser als den ganzen anderen Scheiß, der da rumsteht. Ja, aber sind da welche durchgekommen? Ja, und? Weil der Morb kam auf der Seite. Ist ja logisch. Der muss ja immer vorausdenken. Kurz nie rum, mach du mal lieber. Warte ab, bis der Morb gleich bei dir kommt. Ich hoffe, du kannst ihn abwehren. Ja, müsste ich eigentlich. So, guck. Ich hab doch jetzt den Morbschläger hab ich doch jetzt. Mit dem Morbschläger ist das alles kein Problem. Dann für die... Äh, ein gelinges Video findest du stinkt nochmal auf seinem Kanal. Runde 92 Mittel verloren, das geht doch gar nicht. Natürlich. Musst aber freies Spiel weitermachen. Ja, okay. Ach, der Fred, der ist schon so ein kleiner. Ey, wir haben 670 Tusch, auch richtig geil. 670 stimmen bei mir sogar. Was? 670 stimmen bei mir sogar. Hast du, ich dachte, du hast 650 gesagt. Oh, oh. Boah, der Heli ist so richtig okay. Alles weggeräumt, würde ich mal sagen. Ja, mein Heli, ne? Ja, dein Heli, dein Kack-Heli. Mein Heli. Der einfach mal auf deine Seite läuft, weißt du? Und dir jetzt helfen, ne? Ja, 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 ja. Wurde ich mal eben jetzt hier. So, zack, zwei Zerstörer gebaut. Na, go, go. Oh, das stimmt aber auch auf meiner Seite. Würdest du mich verarschen? Warum kommen die noch auf meiner Seite? Geh, geh zu dem Stinker darüber. Ja, mach's gegen dich. Voll leise. Voll leise. Ach, nee. Ja, das war der Mob nämlich bei mir. Zack, weggemacht. Seh ich nicht ein, Kira. Seh ich nicht ein. Jetzt muss ich mal eben noch gucken, weil ich sonst noch bauen könnte. Äh. Hä, hast du gemein zu mir? Ja. Warte, noch nicht weitermachen, bitte. Noch nicht weitermachen. Ich hab doch gesagt, du machst es. Ich hab doch gar kein Zubank durch. Warte. So. Nee, du sollst in der Bank machen. Ja, aber ich hab auch kein Geld. Ich will diesmal, ich will diesmal nicht wieder so übelst, so übelst sparen. Dann kaufst du welches. Willst du es mal nicht so übelst sparen, aber wenn wir nicht wieder ein Ding gehen, verlieren, ja? Oha, lief alles gut. Die ganzen Blumenskarten waren nur bei Darkie durch. Das war gut. Nächste, nächste Runde, was? Nächste Runde hab ich die, die Fähigkeit, die ich dir zeigen wollte. Du wirst du gleich sehen. Vom, äh. Keli. Dann kriegen wir Leben wieder. Wir kriegen alle zwei Runden zwischen 15 und 70 Leben, ja. Was? Ja, warte, noch nicht go. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist er. Dann mach mal go. Es ist immer unterschiedlich, also abwechselnd, man kriegt halt Geld, dann kriegt man halt Leben. Fragt einer, ob du denkst, dass der, ob der dritte Teil von Hero of Kingdom rauskommt. Das wär cool, aber das dauert wahrscheinlich noch eine Weile, bis der rauskommt. Wir haben erstmal Hero of Kingdom 2 gerade. Ey, bei dem kommen die ganze Blumens durch. Ja, toll, jetzt haben wir verloren wegen dir. Jetzt muss ich auch noch ein schnelles Bild drüber machen. Der Name des Spiels steht im Titel. Ach, Mann. Wieso hast du denn nicht richtig gebaut? Diesmal war es auch deine Schuld. Diesmal war es aber deine Schuld. Ja, Heli, musst du mit zu dir rüber. So, jetzt kannst du mal eben, äh, Ne, Leute, ihr versteht das nicht. Also, das ist ein schnittnormales Tower Defense Spiel. Wir müssen einfach versuchen, dass die gegnerische Einheit, in diesem Fall Ballons, einen bestimmten Weg nicht langlaufen, um dann an einem bestimmten Punkt sozusagen wieder aus dem Bildschirm rauszulaufen. Denn dadurch verliert man in diesem Sinne Leben. Und dadurch müssen sie halt Sachen bauen, wodurch sie Geld kriegen, mit dem sie ihre Sachen wieder upgraden können oder neue Sachen bauen. Kannst du jetzt mal eben mich dann, äh... Der simples Spielprinzip eigentlich. Soll ich dich einladen? Ähm. Genau. Sag dich einladen. Ich hab übrigens mal ganz kurz kleine Werbung geschaltet. Äh, deswegen geht's für dir geht's. Nein! Ich seh's. Ja, aber damit jetzt mal eben kurz, äh, wir sch... Ich hab's mal eben kurz da rein. Wir starten mal eh... mal eben ne neue Runde. So. Damit das auch alle wissen. Ja, Koop und... Ja, hab ich sehr geland. Mitspielen. Mitspielen, mitspielen, mitspielen. Alter, Heli ist schade, dass wir die Heli jetzt nicht ausnutzen konnten. Da ist ein bisschen was zu viel durchgekommen dann. Alter, das ist cool. Du kriegst halt alle zwei Runden zwischen 15 und 70 Leben wieder. Also immer wieder tausend. Ah, hier, Kübisfeld. Naja, hatten wir schon mal gehabt, aber ich hab die Medaille halt irgendwie nicht. Wir hatten das, glaube ich, nicht geschafft gehabt. Ich glaub, wir hatten verloren gehabt. Ja, haben wir auch. Ich bin Matthias aber auch verloren. Deswegen. Das ist wieder schwer, ne? Oder wollen wir auf Mittel machen? Ach, nee, mach ruhig schwer, ist ja egal. Du, du hab, wenn du dich nicht wieder zu Tode sparst, du hast den gleichen Fehler gemacht wie ich letztes Mal. War ja nicht. Naja, wir haben 50 Leben am Anfang halt verloren, ne? 20 Leben. Ja, gut, aber am Ende haben wir 100 Stück verloren. Warte mal, ich war jetzt... Ah, ich hab die Seite, die hab ich noch nie gehabt. Das ist auch mal ganz gut. Die rechte Seite. Ja, ja, das ist ganz cool. Einfach die ganzen Badaffen mal einbauen. Warte. Ich weiß gar nicht, wann die Werbung hier vorbei ist. Nein, der Fred ist geldgeil. Ja, also wirklich. Ah, jetzt können wir das machen jetzt hier. So, dann sind wir da zurück und hoffentlich geht's jetzt besser als letztes Mal. Da kann der, darf einfach nicht wieder so den, darf einfach nicht so, nicht so, nicht so geizig sein. Ja, 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 ja. Ich hab ja wohl genug gebaut. Ich will nicht wissen, was du da noch in deiner Bank hattest. Das ist nicht immer geil. Ich hätte das alles rausgenommen für die 14.000 für den... Ah, da schreibt einer, er hat das Shirt, was da oben, beziehungsweise mit dem Mobile-Filmball-Logo. Das ist doch gut. Aber jetzt ist es halt einfacher, weil wir beide, die mal an unseren beiden Dings vorbeikommen, an unseren beiden Affentürmen. Aber wir haben es letztes Mal, äh, auch nicht, auch nicht geschafft. Ja, aber da war ich auch noch am Anfang gewesen mit den, mit den, ähm, Leveln. Ja. Das muss halt immer unterscheiden. Also, dreifach Wurffeil, jetzt kommt da keiner mehr so einfach lang. Und wir können uns den Pool teilen, warum wir uns, warum wir uns zusammen kuscheln da hinten? Ja, ist sowieso, dass man, jeder, jeder darf die Hälfte, jeder kann die Hälfte, ne? Warte mal. Ja. Ähm, werde die Dardaffen jetzt auch mal sofort upgraden. Machen wir mal go hier, lassen die Menschen die Zeit bei denen. Das ist ein schicker Pool. Ja, wir haben noch Zeit hier heute. Ja, aber ich meine, bis zu 125 ist das total easy eigentlich. Das ist dann kannst du ruhig durchstarten. Oh, ist tatsächlich schon jemand, äh, wir bauen einen, bauen einen Sauger. Ja, den Sauger baue ich gleich auch noch. Ja, das war, das, ja, das war, das hat nicht das Problem gewesen. Was war gerade das Problem gewesen? Nee, ist der Sauger aber ganz gut eigentlich, weil er immer beide, beide Bahnen dann, äh, beackern kann quasi, ne? Ja, das kann ja auch noch einen dann hinsetzen. So. Oh, ich hatte ja sogar schon, ich hatte ja sogar schon das Affendorf gebaut. Warte. Warum hast du wieder langsam gemacht? Ja, aus Versehen. Aus Versehen, Laufkommen. Also wirklich. Leute, ey, dass ihr euch nicht mal einmal merken könnt, wie das Spiel heißt. Ohne Scheiß, oder? Ja. Brauchst du doch gar nicht erwähnen. Wie gesagt, es steht im Titel. Nightbot ist... Nach, ich glaube, wie lange existiert Twitch jetzt schon seit vier, fünf Jahren. Das simpelste... Ach, steht sogar noch länger. Nightbot ist, wie der Name schon sagt, ein Bot. Das ist auch geil. Ja, tut mir leid, das ist auch bescheuerte. Wer nicht weiß, was ein Bot ist, tut mir in dieser Welt auch echt leid. Viel Spaß, später einen Job zu finden. Wo es auch noch nur noch im Computer gibt. Ich habe ja aus Versehen auf langsam gemacht. Also selbst bei YouTube schafft ihr es ja, einen Titel zu lesen. Warum dann bitteschön nicht bei Twitch? Wachen sie auch nicht. Die lesen, die fragen... Hi, Canon! Wann kommt Clash & Clash? Ich drehe Bananenplantage erst den oberen Zweig auf Level 2, bevor du wertvolle Bananen machst. Ja, ich mache meistens immer langlebig erst, weil ich ja da quasi selber draufklicken muss. Oh, die faule Sau, ey. Guck mal, Matthias ist auch auf der Map drauf. Unten rechts. Ja, der Kürbis. Ja, wenn ich nervt, dein Problem. Nicht die nette Vogelscheuche. Baut jetzt schon eine Bananenplantage zu nehmen. Ja, ich versuche... Äh, Wirtschaft wird studiert, lieber Pa... 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 Paolo... Ops. Ja. Bauboot, ja, mache ich gleich. Auch schon zum 12.000. Mal, ey. Ach, Kira, reg dich doch nicht so auf, ey, Mensch. Heuleise. 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 Jetzt gibt das... Jetzt gibt das ihm zurück. Muss ich halt wirklich mal erstellen heute. Und ja, Subscriben kostet immer noch 4 Dollar 99. Ey, dafür darf man auch in den Subscriber-Clan, der morgen startet, um 15 Uhr. Geil. Richtig geil. Ja, auch wenn es den nicht gäbe... Da kann, da willst du nicht auch mal in den Subscriber-Clan. Du bist zwar kein Subscriber, aber ich würde dir trotzdem einen Platz anbieten für den Clan-Krieg. Nö, lass mal. Ah, da schiss. Ich hab einen Angriff, da kommt nur ein Abkampf. Dein Angriff darf nicht gezeigt werden. Ach, ihr habt doch dann alle sowieso nur Neid, wenn ich dann meine schönen, geilen 3 Sterne angefahren haue, weißt du? Ja, genau so wird es kommen. Wenn du dich selber angreifst, höchstens. So. Kira ist voll gemein, ja, der Benny-Kock, da stimm ich dir absolut zugegeben. Benny-Kock, ich glaube, er heißt Benny-COC. Ja, Cock-COC ist doch, what the fuck, ich sag dir. Kira, ich hab mal eine Frage. Soll ich dir mal vorlesen, was er ungefähr vor 20 Sekunden geschieben hat zu meinem Namen? Da war noch ein Herzmann-Lied dahinter, nur weil ich mich die ganze Zeit vorlese. Und die Attention will, die er nicht kriegt, umzuheulen. Attention? Aufmerksamkeit, Hure. Du beschwerst dich ja öfter schon mal, wenn jemand Kiral schreibt, aber was ist denn, wenn jemand schreibt, Kiral, du bist der Beste? Dann ist er quasi... Das nervt mich auch. Kiral, Kiral, Kiral. Kiral. Hast du wirklich 200 Euro gespendet? Räum du erstmal dein Zimmer auf, das ist ja schrecklich, ey. Das ist sauber, ja. Komm her, wenn du aufräumen willst. Das ist kein Zimmer, das ist die Abstellkammer. Ja, glaub ich auch. So, wir haben ja genug Geld. Alter, ja, genau, er hat die Bananenplatscher schon ein bisschen hochgemacht. Selbst Harry Potter hatte mehr Platz in seiner Wesenkammer. Ein Zauberer gewesen, ja. Äh, was kostet es zu Subscriber? 4,99 Dollar. Davon krieg ich aber allerdings nur die Hälfte, die Hälfte kriegt Twitch. Äh, eigentlich kriegst du 70 Prozent? Nein, 50. 50. Nee, eigentlich kriegst du 70 gut, dann hast du noch einen alten Vertrag. Nee, nee, die haben noch was geändert. Ab, äh, 350 Subs. Ach so. So, ich werde jetzt wieder die Bananenplantage ausbauen. Oh, ja, genau. Werde mich wieder ärgern hier. Ich mache hier die ganzen Verteidigungsgebäude und er macht hier gar nichts. Ich habe zwei Brotpfeilaffen, ja? Ich habe vier. Und ein Brot. Ja, du bist doch weiter vorne. Ja, das hat aber was zu tun. Oh, oh. Ja, ja, siehste? Du machst die alles. Hä, wie hast du die denn kaputt gemacht? Ah, mit deinem gechieteten Affen, scheiße. Ja, gut. Keine gechietete Affen. Der Fred ist gemein zu mir, er mobbt mich. So, mit dem gucken, äh, äh, zack, 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 und weiter geht's. Ey, was, wieso binst du den? Das war doch richtig. Ich habe überhaupt keinen gebannt. Ich glaube, es war auch schon ein Pirat. Ach so. Er hat es doch als einer der Wegen richtig geschrieben. Wenn das L groß ist, ist es doch richtig. Na, siehste. Kann man den Chat eigentlich auch auspoppen? Geht das? Ja, ne? Ja, geht so. Den habe ich ja auch ausgepoppt. Du musst mich dann hässlichen Stimme nicht mehr anhaben. Pff. Der ist sowieso pausiert, aber es ist lauter Ressourcen. Subscriben kannst du, wenn du, äh, in dem Video auf das i klickst oder halt, und dann auf das PayPal-Symbol oder halt beim... Oder auf den Link. Äh, auf, auf, auf subscribe-Klicks oder halt beim... Boah, mach doch mal einen Klebstoff schützen oder so, Alter. Ah, ich mach jetzt was anderes, ich mach jetzt hier ein. Ne, keine Däude. Ne, keine Däude, mach doch. Oder halt, wenn du im, wenn du unter dem, direkt unter dem Video auf, äh... Was, wenn du mehr soups als Clan-Platz saß? Also erstmal mit B anstatt mit P. Und zweitens, das werden wir... Das werden wir dann herausfinden, wenn es soweit ist. Ja, dann wird halt, dann wird halt die Leute ausgeschlossen, die zu wenig subben, ne? Das hat erstmal alles gar nicht zu tun. Zweitens kann man höchstens vielleicht machen, dass die fünf... Personen, die am längsten Subs sind, immer reinkommen und danach halt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, das ist ja auch so. Subben kann man leider nur mit Paypal, ne? Das ist so. Ja, außerdem, ich hab momentan irgendwie 24 Subs oder so, also bis, bis der Clan voll ist, wird es dann noch wahrscheinlich etwas dauern. Dauert noch ein paar Jahre, ne? Ja, und ich hab auch Monka, also Lust, also deswegen einplatzen, ist mehr im Clan vor dabei. So, warte mal. Ich werd gleich mal... Achso, ich hab ja sogar noch ein paar mehr. Das ist cool. Noch ein paar mehr Affen, die ich umsonst bekommen hab. Das ist schön. Ja, hab ich auch noch, hab ich auch noch gleich. Warte mal, ich hab noch einsammeln. Jupp, mach ich jetzt auch. Und dann kann ich den Affen hier sofort noch hoch... Und er, den kann noch hochmachen. 90 Sekunden mal zu Kehra, oder? Oder hat die noch 1880 runtergesetzt? Blaumot. Ja, lieber Leon Janzi, da jetzt hab ich dich erwähnt. Und er, ich wollte gerade, wo du was gelöscht hätt, dachte ich schon so, oh, scheiße. So, was haben wir jetzt? 1300, ich weiß nicht, ob ich jetzt wieder auf die Bank sparen soll. Eben ging's in die Hose. Was ist denn da unfair? Es ist ja einfach nur ein Geschenk. Es ist ja nicht so, dass man nur für etwas bezahlt, sondern es ist ja einfach nur eine Belohnung. Ja, mit Paysafe geht's, glaub ich, nicht. Läuft Bluens auf iPod oder hängt das? Also, das normales Spielen geht, nur dass halt das Aufnehmen ging nicht, weil ich denke, dass ich daran... Ah, lieber Energize, willkommen, dass du gleichzeitig... Das ist ja gleichzeitig auf dem PC streamen und dann nochmal normal streamen. Deswegen. Kann sein, dass es deswegen ein bisschen gehangen hat. Oh, die Kanone muss ich nur auf stärkste Stellen. Und bam, Mob hab ich jetzt auch. Wären bei mir die Traubenhage gar nicht angezeigt, weil ich dann dieses komische Segel habe. Macht aber dann, weil wir dir auch das Segel. Hey, du hast das... Du hast den Traubenhage doch noch nicht an. Nee, doch hab ich das schon geskillt. Und setzt du doch aber eine Traube auf dem Deck. Deswegen frage ich ja. Hm, komisch. Macht um 8 Uhr das Segel. Wie Segel? Die höhere Range. Ausguck. Nee. Größere Kanonen. Größere Kanonen, genau. Okay, dann wird die Trauben auch bei dir weg. Ja, er hat schon wieder eine Bank. Ist klar. Papa muss ja wieder alles selber machen. Er spart sich wieder zu Tode da hinten. Wo wir tot waren, hast du bestimmt noch 80.000. Nein, ich hab... Ich hab... Wie oft jetzt noch? Ich hab das alles für den Heli ausgeben. Der kostet 14.000. Ja, da... Gebracht hat er nix. Er doch. Er konnte natürlich richtig zum Einsatz kommen. Ach man. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind ja schon, Runde 44 nehmen wir ja schon. Ja, gleich kommen die Morbs, ne? Ja, ich hab ja so einen Morbkiller hier. Gleich, jetzt hab ich gleich zwei. Warte, 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 warte. Zack. So. Also hier siehst du nur Message deleted im Chat. Ja. Kira, Kira packt mir gleich wieder den Banner mal raus und dann geht's rund hier. Aufsehen bin ich nicht alleine. Ja, Rolf am Pirat, band auch ordentlich, ne? Mir geht's ganz gut. Ich bin der Netteste der ganzen Mods hier, ne? Wenn der Shad... Du bist gar kein Mod. Ja, Skulltane, wenn du das Spiel auf dem iPad spielst, ist klar, dass das nicht leckt, weil ich muss es ja quasi auf dem Computer streamen und dann nochmal nach Twitch streamen und dann halt doppelt streamen und das ist dann halt nicht so gut. Kira, und wie ich ein Mod bin, kann ich nicht spenden, so ne Scheiße. Deswegen werde ich gleich dann wahrscheinlich, beziehungsweise das nächste Mal, wenn ich dann streame, werde ich wahrscheinlich dann die... Da werde ich dann wahrscheinlich statt, äh, die Elgato nehmen und dann damit versuchen. Das wird dann wahrscheinlich besser gehen. Ja. Also ich hab jetzt einen Zerstörer gewollt und einen Klebstoffschützer, also so leicht kommen die jetzt hier nicht durch. Vielleicht war der Heli auf der anderen, auf der anderen Stufe vielleicht auch nicht so toll gewesen, aber ich weiß nicht. Affendorf auf oberen Zweig, please. Ja, aber das obere Zweig ist scheiße, weil dann muss ich immer die Sachen so manuell einsammeln. Weißt du? Oh, du Armer. Moabkiller besser als Raketenwürfe bei Blooms. Ne, Affendorf, nicht Bananenplantage, meint der. Ach, Affen... Ne, was meint der? Bananenplantage, meint der. Ne, Affendorf. Ne, Affendorf meint der. Affendorf meint der. Das ist eine Bananenplantage, genau. Ja, aber Affendorf muss ich ja auf den unteren machen, weil sonst können die ja die, äh, die Camo-Blooms gar nicht zum Platzen bringen. Das ist... Äh, 4,99 Dollar sind momentan eher so... Ach, 4,50, keine Ahnung. Ja, 4,20 bis 4,50, so den Dreh. Ja, gut, das ist halt pro Mod. Normalerweise zahlst du dann so um die 4 Euro. Denk dir immer grad von dem Dollar-Kurs ab. Du kannst, Mo, wenn du subscribest, kannst du in den Clan rein. Der startet ja morgen. Aber Spenden bringt nichts. Spenden würde ich dir eher bei einem Classstream empfehlen, weil ich dich da noch besuche. Das ist jetzt hier natürlich etwas schlecht. Er besucht euch, Leute, er besucht euch. Das zweifle ich irgendwie gerade. Nee, der Dollar-Kurs ist momentan sehr stark, das ist... Erstmal, weil es sowieso schon damals immer nur 4 Euro sind und zweitens ist der Dollar-Kurs grad sehr stark. Oh ja. Aber ich kann gerne für euch mal kurz gucken. Ja, eben, aber die Frage war ja, ob das... Achso, ja gut, das ist halt, ey, dann hab ich das falsch verstanden. Ja, auf jeden Fall, wenn ich das kaufen will, Blooms, für 4,99, kann ich euch nur empfehlen. Ja, sehr gutes Spiel, das ist ein paar. Sehr gutes Spiel. Vor allem, ich hab's jetzt zweimal schon gekauft. Aber aufnehmen werde ich wahrscheinlich dann doch eher wieder beim iPad dann, wenn wir nochmal aufnehmen, weil es dann... Wenn ich es ja normal aufnehme, geht's ja. Das ist ja kein Problem. Ja, finde ich, ich wollte ein bisschen mehr recht. Du hast DAX extrem weiternehmen. Ich hätte gesagt, so um die 4,50, 4,60. 5 US-Dollar sind momentan 4,76 Euro. Ja, es wusste ich, ich wollte es nicht so überspitzen, weil ich nämlich gestern noch den Dollar... Ich hab gestern den Dollarkurs noch nachgeguckt, der Dollarkurs ist momentan 0,95. Ist klar. Ja, Dollarkurs aktuell 0,95, das ist schon richtig heftig. Wie jetzt auch schon die BAA-Bank da hat, ja, weißt du? Ja, ich hab aber auch die Mobs hier schon gescheit gemacht, alles. Die Mob-Killer hier, alles. Ich auch, ich hab einen Superaffen schon da hingesetzt. Oh, er hat schon Superaffen. Ja, genau, das Affendorf... Setz das Affendorf doch oben hin. Ich hab doch von unten gar nicht so einen Affendorf. Nee, wie denn wo oben hin? Ich kann nicht, da ist keine Range mehr. Ich kann nicht hinsetzen. Ich kann keine Range mehr. Ich geb dir gleich mal Range hier. Ja, hier Affe, zwei Stück sogar. Ja, du bist ein Affe. Pass auf. Zack. Nee, hau raus hier. Ja, mach jetzt auch. Vielleicht hab ich da zwei hinsetzen. Ich mach jetzt nämlich gleich auch meinen Superaffen. So. Ja, mach mal. Was hat er jetzt davon? Ja, noch eine Bananen-Parte. Was hat er jetzt davon? Also, es wird jetzt auch... Die werde ich jetzt erstmal nicht mehr großartig skillen. Weil jetzt brauche ich nämlich gleich wirklich mal den Superaffen und so da. Sonst stehen... Ich hab nämlich keinen Bock daran, dass wir dann wieder auf einmal in einer Runde alles verlieren. Warte. Nur wegen dir. Warte mal, ich muss erst das Affendorf setzen. Ich setze das Affen auf. Ja, mach mal. Mal so hier hin. Ja. Und warte. Superaffen direkt daneben. Hat ein Affenleuchtfeuer manchmal sofort. Hoffentlich. Was? Wie geht dieser... Wie geht dieser Sub-Scribe? Was? Subscribe. Achso, subscribe. Nein, das ist auf dem Link folgen, den ich gerade gepostet habe. Genau. Ich tut mir so leid. Hast du eine... Okay, da hast du schon superaffen gesetzt. Wunderbar. So, Moment. Die sollen wir jetzt mal hoch... Ich mach jetzt gleich auf jeden Fall erstmal den Affen hoch. Warte mal, was hab ich denn in der Bank drin? 3000... Ja, das war schon. Und das Video einfach so. 10.000, glaube ich, schon wieder in der Bank drin. Das reicht, das reicht. Ja, wir sind mal Runde... Runde 59, das sieht noch ganz gut aus. Aber wir dürfen uns auch wieder nicht zu sicher sein. Weil letztes Mal ging es auch in die Hose. Deswegen werde ich gleich den Affen auch sofort mal hoch machen. Aber jetzt haben wir... Aber wir brauchen... Okay, hast du ja Moab-Stick. Hast du... Hat das nicht einen Skill, dieser Moab-Stack? Nee, hat der Moab-Killer erste Skill danach. Ja, warte mal eben. So, den kann ich auch noch nicht hoch machen. Ich spare jetzt mal eben kurz auf den... Ah, doch, kann ich schon. Die Plasma-Strahlen. So, monumentale Reichweite habe ich auch. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Ich muss gleich mal was testen, ob das mit dem Leben überhaupt funktioniert. Weil wir hatten ja letztes Mal irgendwie auch Leben bekommen. Aber das wurde dann gar nicht so gut geschrieben. Oder es hat irgendwie gebackt. Kannst du dich daran erinnern? Ja, aber wofür haben wir das denn gekriegt? Weiß ich gar nicht. Da überlege ich auch die ganze Zeit, ob wir da überhaupt Leben hätten bekommen dürfen. Oder ob das einfach wirklich nur ein Bug war. Machen wir doch nicht Go nach der Runde. Na doch, wobei... Kannst du immer noch Go machen. Ich überlege ja gerade, wofür... Ist halt, läuft ja eh noch die Runde. Ah, nee, wir hätten eigentlich gar kein Geld bekommen dürfen. Wahrscheinlich gar kein Dings bekommen dürfen. Kein Leben. Wofür haben wir den? Ich weiß ja gar nicht, welches das macht. Ähm, der Helikopter für unteren Stufe. Und den hatten wir nicht gehabt. Achso. Äh, Dark Hunter ist derjenige, der gerade mit Fred Blut spielt. Nach der Runde machen wir nicht Go. Dann, ich muss kurz dann den Heli bauen. Oh Gott. Keine Sorge, ich muss jetzt mal eben gleich noch was bauen. Keine Sorge. Ja, da kommen so viele durch. Ja, die kommen ja auch nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich baue jetzt erstmal den Affen, der umsonst ist. Da habe ich ihn. Ich hoffe, er bringt diesmal was wenigstens. Warte mal eben. Ja. Achso, ich muss ja auch noch alle upgraden. Scheiße. Äh. Warte mal, ich mach mal den... Ich mach den Superaffen mal eben auf Stärkster. Verdammt. Äh, mal eben noch die Banane mitnehmen und den Superaffen, den machen wir jetzt mal auf Stärkster. Und da nehmen wir das... Ich finde es toll, dass man die Fähigkeiten nicht zwischen den Runden benutzen kann. Man kann sie aber am Ende benutzen. Äh, Fred, findest du die Bank besser als die Fabrik? Äh, nee, eigentlich nicht, aber... Das war jetzt halt... Weil ich habe keine Lust, einmal drauf zu klicken. Ich habe keine Lust, einmal drauf zu klicken. Doch, manche ist besser als die Fabrik. Er hat nur gefragt, ob er sie besser findet. Ich finde die eigentlich nicht besser. Ja. Von Geld her ist sie aber auch besser. Ja, findest du? Wollen wir einfach 20% hin. Du kriegst 20% einfach von nichts. Also einfach aus dem Nichts kriegst du 20%. Hey, ich ist the black player, ich ist the subscribe. Willkommen. Willkommen bei den Subscribern. Mach mal go, mach mal go. Jetzt können wir nämlich das Leben in der Runde theoretisch. Äh. Oh, yeah. Warten wir eben. Achso, wir... Ja, okay, müssen wir mal gucken jetzt. Nö. Aber auch 185, lol. 185, 185 Leben. Richtig krass. Was muss ich denn da bauen? Den Hubschrauber oder was? Den Helikopter auf der unteren Stufe, jo. Ja, also X-Player, du wirst dann natürlich bei Clash noch besucht, aber allerdings erst im nächsten Stream, ne? Und Sub-Clan muss ich dich dann... Mach mal dein Affendorf auf den oberen Zweig. Dann greift das auf. Äh, warte. Er meint Affenstadt oder was? Er hat geschrieben Affendorf. Ich glaube, den Nachrichten... Ja. Ich kann dir nur das vorlesen, was ich schreibe. Ja, das ist ja... Ich meine ja auch das Affendorf, aber ich meine, im oberen Upgrade-Zweig heißt es Affenstadt. Das meine ich jetzt. Ja, dann denkst du doch einfach. Ja. So. Oh, oh, die Bank ist... Ja, 7000. Ja, gut, dann mach ich jetzt auf Affenstadt. Energieleuchtfeuer, was macht das denn? Die Abkühlungsphasen der Fähigkeiten in der Nähe sind. Okay, das mach ich jetzt aber nicht mehr. Na, das ist keine gute Fähigkeit, find ich auch nicht. Oh, zack und wieder leben dazu. Das ist schon echt geil, muss ich sagen. Das ist ziemlich OP. Ich glaube, das funktioniert auch bei einem Platz war. Das ist ja echt richtig geil. Ja. Warte mal eben, ich... Soll ich auch mal einbauen? Mach mal, mach ich. Ich hab momentan noch kein Geld dafür. Ah doch, jetzt hab ich ja was, warte mal. Wollen wir, Heli ist ja auch nützlich, ne? Ist ja nicht so, dass er unnütz wäre. Stimmt allerdings. Und du kannst auch mit der Fähigkeit, kannst du einen Tower deplatzieren. Das heißt, du kannst ihn irgendwo anders hinsetzen. Wo muss ich denn den, ähm... Unterer Zweig. Ah, okay. Der X, diese Backplayer hat ja noch gar nichts geschrieben. Der neue, der neue Sub hier. Sub des Tages. Warte mal, ich muss den erstmal richtig einstellen. Erstmal zweimal proben, damit du verfolgen hast. Und dann auf den Angriffstaktik verfolgen. Äh, warte mal. Jetzt mal hier ganz mal. Mach mal nix gerade, warte mal. Ich setze mal eben ganz kurz zwei Ankerpunkte. Nee, nicht Ankerpunkte verfolgen musst du machen. Ja, kann ich doch noch nicht. Ich hab die noch nicht freigeschaltet. Ja, dann mach die oberen Beine. Du hast doch genug Geld. Jetzt kann ich's machen. Jetzt mach das doch automatisch oder nicht? Jetzt musst du auch noch auf verfolgen dringend auf die Angriffstaktik. Hä, warte mal. Mann, 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 Mann. Bist du unfähig? Ja, ich bin nicht unfähig. Seid mal eben. Verfolgen, so. Drück einfach mal eine Angriffstaktik. Genau, verfolgen. Berührung folgen nicht. Nein, verfolgen. Ah, jetzt hab ich's nämlich. Nein, ich hab den Upgrade-Zweig falsch gemacht. Du willst das mit der Affenstadt nicht die ganze Zeit wieder erholen. Nein, ich hab den falschen Upgrade-Zweig genommen. Oh mein Gott. Egal. So, warte. Wolltest du dich noch einen Sauger hinbauen am Anfang? Ja, stimmt, mach ich jetzt noch. Warte, wir müssen ja eben gucken, dass ich den jetzt... So ein Spiel lohnen, musst du halt selber wissen. Ich mein, du siehst ja, was du mit dem Spiel machen kannst und viel Zeit darin verbringen kannst du auch. Und so gesehen sind 5 Euro gar nicht mal so viel. Ich hab jetzt einen Sauger gebaut. Das z.B. so ein Konsolengame in 50, 60 Euro kostet. Und da verbringst du manchmal auch nur 10 Stunden drin. Ich weiß nicht, ob wir leben. Du hast den, der ist den falschen Skill genommen, ne, bei dem Heli. Ja. So. Das ist einfach... 75 Euro waren es so gewesen, ne? Ne, du hast auch schwergestellt. 85 waren das dann, ne? Du hast auch... wenn du auch schwergestellt hast, sind es 85. Ja, schwer. Ey, das mit dem Trottel musst du nicht löschen, wer hat ja recht. Der Schalter ist nicht böse gemeint. Was ist das, was du Trottel bist? Ja, weil ich mich verklickt hab. So. Aber es kommen nicht mehr so viele Leben dabei, oder? Wann kommen denn immer Leben dabei? Alle zwei Runden. Weil ich das alle zweimal, alle zwei benutzen halt. Du hast die Fähigkeit benutzen. Und ab und zu vergessen ist halt... Warte, wann machen wir das? Oh, jetzt noch ein Heli hin. Ähm... Mal gucken. Was hab ich denn jetzt noch? Kann ich noch starten machen? Ne, noch nicht. Ich hab's ihm doch extra grad vorgelesen. Jetzt kannst du's machen. So. Rup. Hab ich noch ein Ding. Ach, aber Super Monkey God der Sonne. Ja, kann ich gleich machen, wenn ich's... ... soweit habe. Wenn ich das Geld soweit habe. Ja, ich mach ja gleich God der Sonne. Da sind viele grad, ne? Leute, ihr müsst nicht mal ihm vorsagen, was er machen soll. Ja, aber ich mach jetzt mal eben den... Ich mach den Sauger mal gleich hoch. Warte, 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 warte. Er verfolgt schon seine eigene Strategie. So, Sauger. Äh, wieso ich kann Marokard 8 machen? Ja, gute Frage. Ich werde auf jeden Fall wieder neue Folgen machen, wenn der DLC rauskommt. Aber ich glaub, ich hab jetzt irgendwie heute auch mal Lust. Vielleicht werd ich ne Session heute machen, wo ich mal wieder alle Rennen am Stück, äh, gegen die CPU fahre. Ja. Ja. So. Also vielleicht kommen die Tage wieder bis in Mario Kart 8. Ui, 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 ui. Da geht's ab. Ah, warte, ich muss dich noch auf Stärkster stellen hier. Ähm, Stärkster und... Stärkster. Fred, kommt auf YouTube auch mal wieder, Bloons? Äh, war nicht gestern erst, Bloons? Ähm, Matthias und ich haben noch was aufgelöst. Aufgenommen, das werd ich, glaub ich, morgen freischalten. Noch sehr lustige Folgen geworden, wirklich. Also, morgen habt ihr wieder Bloons. Genau. Oh, oh. Ah, ging ja noch so gerade gut. Das ist die Bank entleeren. Und entleeren ohne H und dafür ein I. Ich hab jetzt aber auch mal beim, 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 beim Affendorf eingestellt, dass die, dass die auch die Carmo Bloons treffen können. Ja, ich hab Radarskanner benutzt. Ja, aber was gehört, Fred? Die Bank sollst du mal entleeren. Ja, aber die ist ja noch nicht so, lohnt sich, lohnt sich ja noch nicht. Hast gehört, Mr. Klugscheißer Struppel, äh, 1, 2, 3, äh, es lohnt sich noch nicht. Äh. Ein Scheißspiel ist das, sagt er. Ja, dann, wer keine, einer, wer keine Ahnung von Taktik hat, der denkt dann halt so darüber. Ja, nicht mal das. Du kannst das Spiel ja gerne nicht blöd finden, aber du musst es ja nicht gucken. Ja, äh, Fred, wie kostest du das Spiel? 4,99 Euro, das ist etwas teuer, aber... So günstig! Ja, was müssen wir machen, ne? Mach noch nicht Go gleich. Ich hab ja wieder, ich hab... Brauchst du Geld gerade für irgendwas Wichtiges? Äh, ja, mach mal. Jeden, jeden zweiten Tag. Gib mir mal 3,000, ne, nicht 3,000. Doch 3,000. Wenn's geht. Sofern du deinen Helikopter upgradest. Danke. Was hast du gehabt, wer denn jetzt? Gott, der Sonne hab ich gemacht. Jol, dann hol dir doch schnell dein Helikopter upgraden. Ah ja, wie... Paolo, ups, also es geht schon. Also, so viel Zeit verschlingen Handy-Games jetzt nicht, also... Du kannst ja halt immer wieder zwischendurch mal spielen. Blumen spiel ich halt echt kaum, außer wenn ich das jetzt mal wirklich aufnehme. Deswegen. Dexiii! Ach, würd schon sagen, dass... Also, vor allem Handy-Games haben die Fähigkeit, äh, nicht lange zu binden, aber dann, äh, sehr lange. Wenn ich da auch mal meine Schulzeit oder meine Studienzeit zurückdenke, da... Also, die können schon ne Menge Zeit fressen. Das stimmt, ja. Jolo, du musst das auseinunderschreiben. Wenn du das Logo machen willst. Also, also quasi... Oder einfach auf den Smiley-Picken. Ja. 5 Euro für iOS, 2,50 für Android. Hä, ich für iOS, für iOS das so günstig? Höftlich. Oh, jetzt geht's hier aber rund. Runde 83. Jetzt hab ich aber... Jetzt dürfen wir das Geld aber gleich wirklich nicht sparen. Nach der Runde will ich... Du hast doch gar keinen Time-Out. Warum schreibst du, dass wir den Time-Out wegmachen sollen? Warte, warte, warte. Jetzt muss ich mal eben noch was gucken. Zack. Und hier auch nochmal. Jetzt mach ich nämlich noch den zweiten mach ich auch noch auf Gott der Sonne. Dann hoffen wir mal, das reicht. Jetzt mach ich hier nämlich gleich noch den Mob-Trichter an. Und jetzt hab ich im Grunde fast alles gemacht, was ich machen kann. Da kommt keiner mehr durch, wahrscheinlich. Wir kriegen auch hier die ganze Zeit so viel Leben dazu. Ey, scheiße, wir haben 776 Leben, hab ich gar nicht drauf geachtet. Alter. Alter. Warte, warte, warte. Es ist gleich die Letzte und ich verkauf jetzt meine Sachen mal eben hier die unten. So. Äh, warte, jetzt baue ich mal eben den Heli noch kommen. Für dich. Für dich baue ich den. Ich hab jetzt vier Stück von denen. Alter. Benni, ich hab jetzt schon seit ungefähr... Du meinst Unterstütz... Unterstützungs-Chinook? Ja, es gibt ja noch andere Bots, nur mal so. Und jetzt musst du dann gleich, wenn's losgeht, auf die Fähigkeit drücken. Auf den unteren mit den Kisten, der nach unten so gebracht wird. Ah, okay. Hab ich jetzt gemacht. Musst du jetzt einnehmen, oben rechts, ne? Ist ja ganz ungünstig. Hä, wo denn? Da war gerade oben rechts gewesen. Ich glaube, die Kiste ist gerade... Ah, die musst du dann auch noch... Ah, okay. Ja, ja, musst einnehmen. Easy, 840 Leben. Ja, ist doch gut. 840 Leben. So, wir können eigentlich noch... Noch eins machen, würd ich sagen. Oh, oh, ohne Bluens. Klar, gönnt man sich. Ich mach jetzt noch eine kleine Werbung rein. Ah, der Mist, der Juli hat's auch hingekriegt mit denen. Eine Werbung, oh mein Gott. Ja, hier lohnt es sich halt... Hier macht's jetzt halt wirklich... Normalerweise mach ich die ja immer nur so in drei Minuten halt dann, wenn man mal Pinkelpause macht. Aber hier lohnt es sich jetzt halt... Wassergefahr hat man nicht machen können. ...weil man jetzt hier eh noch in der Zwischenphase steckt, ne? Das ist ne miese Map. Das Miese ist, wer weiß, wer die Arschkarte bekommt. Sollen wir die machen? Soll ich ne miese Map machen? Warte mal, wir können ja mal die Leute fragen. Welche Map sollen... Also, ich konnte nicht schreiben gerne, dass du im freien Modus spielen sollst. Ach. Ja, im freien Modus. Sie schreiben im freien Modus weiter danach, weißt du. Weißt du, weißt du, Fred, was es für ne Map gibt? Die heißt unfair geteilt. Echt? Echt? Ich könnte mal, da hat einer wahrscheinlich 80% der Strecke und der andere nur 20. Na, da schreiben wir nicht... Naja, es ist halt so, dass die eine Strecke kürzer ist, die andere wesentlich länger. So doppelt so lang etwa. Das heißt, der Linke hat ziemliche Arschkarte. Also, es ist halt so. ist